Ich wollte mit euch hier, wie ihr das seht, mal darüber sprechen, über diese ganzen Verlockungen von Millionen, Porsche, Villa und so weiter und so fort. Und ja, was macht es mit dir, wenn du irgendwie Marketing hörst, das dir alles Mögliche verspricht und sagt, ja, ich lerne dir, wie du Geld verdienen kannst, super easy, super leicht und dann kriegst du dein Porsche und dann kriegst du deine Luxus, Villa und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja alle, ich beschäftige mich ja auch hauptsächlich mit Divine Creation, mit wie du die Frau, die alles hat, dass du diese Frau, die alles hat, eigentlich schon lange bist. Und da beziehe ich mich aber nicht darauf, dass es mir in erster Linie darum geht, dass du deine Villa, deine Millionen und so weiter und so fort haben musst oder haben willst. Sondern die Frau, die alles hat, das ist für mich die Frau, die weiß, wer sie wirklich ist hier in Fülle, in Wahrheit, in Präsenz. Ja, weil wir als Spirituelle werden, was heißt denn Spirit? Spirit heißt Geist und was heißt Geist? Geist heißt Immateriell. Das heißt, unser Leben, wir beginnen auf immaterieller Ebene. Unsere Existenz, Hauptexistenz neben unserem Körper, der die materielle Seite darstellt, ist immateriell. Und das Immaterielle ist uneingeschränkt. Unser wahres Wesen ist nicht eingeschränkt. Unser wahres Wesen hat alle Möglichkeiten zur Verfügung, hat alle Situationen zur Verfügung, kann alle Situationen kreieren, kann alle Objekte, kann alle Subjekte kreieren in Immaterialität. Alles beginnt erst in der Immaterialität. Alles beginnt zuerst dort, wo ich wirklich bin. Und zwar im Spirit, im Geiste. Und was ist das jetzt? Wie komme ich in den Spirit? Wie komme ich in den Geist? Und ich sage nicht, dass es durch deine Visualisierungskraft ist, sondern es ist durch deine Vorstellungskraft, was für dich wahr ist, was in deiner Vorstellung, was für dich deine Wahrheit ist. Und in dem Mastermind, die Frau, die alles hat, beziehe ich mich darauf, dass du die Frau bist, die alle Möglichkeiten hat, die alle Fähigkeiten hat, die alle Potenziale hat und die sich bedienen kann am Buffet des Lebens. Und da geht es eben nicht darum, dass du deine Erfüllung findest, weil du Millionen hast, weil du Ferrari hast, weil du was auch immer nicht noch alles an materiellen Dingen hast, sondern es geht darum, dass du verstehst, dass du hier aus dem Spirit, aus dem Geiste, aus dem reinen Bewusstsein, als Idee des reinen perfekten Bewusstseins hierher gekommen bist, um die Frau, die alles hat, zu verkörpern. Und wie diese Frau für dich aussieht, das ist ganz allein deine Entscheidung. Nur, wie diese Frau, die alles hat, sich fühlt, wie diese Frau, die alles hat, auftritt, wie sie präsent ist, dass sie ihre komplette Präsenz für sich in Anspruch nimmt, das ist der Schlüssel. Da liegt der Schlüssel für dich, dass du das bekommst, was du scheinbar so suchst, was dir scheinbar so fehlt, ist schon in dir verankert, ist in deinem Dasein, in deiner göttlichen, perfekten, präsenten Version vorhanden. Und dieses Mastermind hat genau dieses Ziel, dass du das in dir spürst, dass du diese wahre Version deiner selbst in dir spürst, die nachher alles hat, auch im Außen, die sich alles manifestiert, was sie sich wünscht, von materiellen Dingen, von immateriellen Dingen, von einem Leben, wie du es dir wünschst. Aber es sind diese Bedingungen, wenn du glaubst, der Ferrari oder die Millionen oder der Porsche oder die Villa, würden diese Lügen vertreiben, diese Lügen, die in dir noch wohnen und aktiv sind, dass du nicht gut genug bist, dass du etwas falsch machst, dass du das nicht kannst, dass du etwas nicht verdient hast, dass du dir etwas nicht erlauben darfst. All diese Lügen stehen dir im Weg. Und die räumen wir weg. Die räumen wir weg in den Mastermind, die Frau, die alles hat. Und bitte, liebe Männer, fühlt euch nicht diskriminiert. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet inspiriert von eurer Frau, die alles hat. Die weiß, wer sie wirklich ist. Die weiß, dass sie so präsent sein kann, dass sie ihr Herz der Welt zeigen darf. Dass sie jede Facette von sich selbst in die Präsenz bringen darf. Und so entsteht dein authentisches Sein. So lässt du dein authentisches Sein, die authentische Version, die nicht irgendwo kreiert werden muss oder die ausgedacht werden muss, sondern deine authentische, wahre Version, die es eben schon gibt, die irgendwo verschüttet ist durch Denksätze, Lügen. Ich nenne es einfach nur Lügen. Lügen, Lügen, Lügen. Lügen unter den Lügen verschüttet ist. Und ich möchte dich wirklich einladen, dich jetzt anzumelden. Im Moment ist es ganz einfach, eine E-Mail an mich zu schicken, patricia.atmywellfeeling.com und einfach nur schreiben, ich bin dabei, die Frau, die alles hat. Early Bird Preis 1.800 Euro für 10 Sessions. Diese 10 Sessions werden innerhalb 5 Wochen ungefähr plus minus stattfinden. Da verlasse ich mich auch auf die Gruppe, die zusammenkommt, wie wir das terminlich zeitlich hinkriegen. Aber das Ziel ist 10 Sessions innerhalb von 5 Wochen. Dann hast du noch eine sechste Woche, die wir unbedingt noch auch dranhängen als Option. Nimm dir auf jeden Fall sechs Wochen Zeit. Und dieses außergewöhnliche Mastermind hat, bietet dir die Möglichkeit, einen Mentor an deine Seite zu holen. Und eine Mentorin aus meinen super genialen Divine Creation Coaches. Die, du kannst dir eine zur Seite holen. Du suchst sie dir aus. Ich werde sie in den nächsten Tagen einzeln, eine nach der anderen wird sich dir präsentieren via Video. Du darfst sie kennenlernen und du kannst dir für 500 Euro Aufpreis 210 Minuten Mentoring an deine Seite holen. Das kann via Sprachnachricht, via Text, via Videonachricht, via Zoom Call. Du hast die Möglichkeit, diese 210 Minuten für dich mit deinem Mentor individuell für dich einzulösen, auch als Begleitung während des Masterminds und natürlich auch als Nachsorge. Das ist so großartig. Es ist so großartig. Ich bin so stolz auf diese Möglichkeit, die ich hier anbieten kann, jeder Frau. Jede Frau ist hier angesprochen, weil jede Frau hat die wahre Frau, die alles hat in sich, sie trägt sie in sich. Sie ist eingesperrt, sie ist verstrickt, sie ist verkettet in Vorstellungen. Nicht in Fremdenergie, nicht in fremde Mächte, nicht in fremde Personen, nicht in fremde Einflüsse, sondern nur in dich selbst. Und nur du selbst kannst dich befreien. Du bist die, die dich befreit, sie sich verfreit. Und es ist das Allerschönste und das Allerbeste, was du für dich tun kannst. Du heilst dich. Du legst alles ab, was dir nicht dienlich ist. Und du holst dir alles, was aus deiner Freude, aus deinem Herzen, aus deiner Liebe, aus deiner Leidenschaft entsteht, weil es für dich da ist. Es wartet nur auf dich. Melde dich jetzt an, schreib mir einfach ein E-Mail, sag, ich bin dabei, du sicherst dir den Early-Bird-Preis von 1800 Euro für dieses grandiose Mastermind. Wenn du dein persönliches Mentoring dazu buchen möchtest für 500 Euro, bekommst du die Chance. Du kannst dir aussuchen, deine persönliche Mentorin, die in den letzten Monaten sich selber so befreit hat, die alles, alle Scheißgedanken, alle Lügen, alle Einschränkungen, alles kennen, weil sie sich das selber erzählt hat. Ich habe mir auch alles selber erzählt. Ich weiß, was die Storys sind. Ich weiß, was die Überzeugungen sind. Ich weiß, wie gemein und hinterhältig solche Gedanken sich so festsetzen. Und wir durchbrechen alles. Wir legen alles ab. Wir streifen den Matsch, den Müll ab. Und wir erlauben uns, die Frau zu sein, die alles hat. Und die logische Konsequenz ist einfach, du entscheidest, du wählst aus. Du bist die und die sich vom Befehl des Lebens das holt, was ihr gefällt. Komm mit, komm wirklich mit. Ich freue mich so riesig, dass ich diese Möglichkeit geschaffen habe, dass ich das kreieren konnte, dass ich diese Vision in Wahrheit umsetzen konnte, dass ich nicht mehr nur alleine die bin, die Coachings anbietet, sondern dass ich hier da bin mit einem Team von Mentorinnen, die sich selbst schon bewiesen haben, dass der Weg gangbar ist. Dass ich nicht die bin, alleine, die schreit, ja, ja, es geht, ich habe es geschafft, es geht, es klappt. Sondern, dass hier jetzt die Frauen hinter mir stehen, die einfach auch da sind, die präsent sind und sagen, selbstverständlich stelle ich meine Erfahrungen zur Verfügung. Selbstverständlich begleite ich. Selbstverständlich bin ich für alle Frauen da, weil ich weiß, jede Frau ist in der Version, die alles hat, hier einfach da, um diese zu verkörpern, um aus dieser herauszuleben. Ich freue mich so riesig auf dich, melde dich an, warte nicht, zögere nicht. Treffe jetzt die Entscheidung für dich, denn jetzt ist der einzige Moment, den du hast. In diesem Sinne, schön, dass du da warst, schön, dass du mir zugehört hast, schön, dass ich dich begleiten darf, dass ich dich mit meinen Mentorinnen begleiten darf und sehen kann, wie du aufblößt, wie du strahlst und wie du die Welt begeistert und bezauberst, weil dafür bist du da. In diesem Sinne, danke schön und einen wunderschönen Tag.